Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche Camille in Paris Am Tag wie in der Nacht kann sie alles bearbeiten, vom Schlamm bis zum Stein Ich habe den Eindruck, seitdem du Monsieur Rodin kennst, arbeitest du nicht mehr für dich selbst Wirklich, Papa, er ist besorgter um meine Zukunft als ich selbst Ich habe bei ihm gelernt, viel schneller zu arbeiten Meine Tochter hat nicht auf Monsieur Rodin gewartet, um zu existieren Du zuchst den Schmerz, du berauschst dich am Schmerz Du kapizierst den Schmerz Alles hast du mir gestohlen, alles Meine Jugend, meine Arbeit, alles Papa Mademoiselle Claudel, die Schülerin von Rodin Mademoiselle Claudel kopiert Rodin Mademoiselle Claudel sammelt die Großamme des Meisters Bravo, Papa Rodin Mademoiselle Claudel ist eine große Bildhauerin Mademoiselle Claudel 1513-4 한 Mademoiselleצ